Liebe Beterinnen und Beter, wie schon gestern, wollen wir uns heute noch einmal mit dem aronitischen Segen befassen, ein Text, der hier unerschöpflich ist. Hören wir ganz bewusst einmal nur den letzten Satz daraus. Der Herr wendet dir sein Antlitz zu. Hier erfahren wir auf sehr verständliche Weise, was gesegnet sein bedeutet. Wir wissen alle, was es heißt, beachtet zu werden, ansehen zu genießen, angeschaut zu werden. Auch wenn wir etwa bei der Messe uns nicht den Friedensgruß per Handschlag geben können, auch wenn wir uns nicht umarmen dürfen, da leiden gerade die Südländer, vor allem die Italiener, wie mir manche Freunde erzählen, gerade jetzt in Corona-Zeiten ausdrücklich. Auch wenn wir das alles nicht können, wir können uns tief, vertraut und nachhaltig in die Augen schauen, das Antlitz einander zu weigen, zu wenden im Namen Gottes. Wir kennen aber auch die Kehrseite, sich nicht in die Augen schauen zu können, unbeachtet bleiben, Mauerblümchen sein. Unsere Redewendungen sind dafür recht drastisch. Das lohnt nicht einmal einen Blick, sagen wir, oder jemand wird keines Blickes gewürdigt. Wer einen Menschen verachtet oder ihn abstrafen möchte, der würdigt ihn keines Blickes. Er wendet sein Angesicht von ihm ab. Nicht Beachtung ist Fluch für den Menschen. Sie stempelt ihn ab zur Nummer, wenn überhaupt, zum auswechselbaren Rädchen in einer anonymen Maschine. Jetzt in den Corona-Wochen wollen wir versuchen, aus Nummern wieder Menschen mit Namen zu machen. Wir wählen etwa eine Telefonnummer, aber dahinter steht ein Mensch mit Namen und Gesicht. Greifen wir wieder öfter zum Hörer. Ich spreche gern vom Segen eines Telefonates. Meine eigene Mutter im Seniorenheim nur fünf Gehminuten hier vom Dom entfernt. Sie ist im Afraheim. Ich kann sie, ja ich darf sie, nicht besuchen. Nicht einmal als Priester. Geschweige denn als Sohn. Menschlich sehr schwer, vielleicht kaum verstehbar. Aber ich rufe die Mama mindestens einmal am Tag dort an. Sie sagt immer, dein Anruf ist ein Segen. Nicht nur Menschen können einander so würdigen. Gott persönlich hat den Menschen gewürdigt, ihm Ansehen zu schenken. Er würdigt ihn mit seinem Blick. Diesen Segen wünsche ich euch heute für diesen Tag. Euer ernannte Bischof Bertram Mayer und so segne und behüte euch der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir lassen uns jetzt malher bien. Wo горisch ist es, wie der Vater und der Heilige Geist ist nicht nur eine Liebe am TI-